So, ich zeige euch jetzt, wie sich ein echter Gamer, der das Glättenskring, fühlt. Auf einmal spüre ich so eine Kraft in mir! Jetzt mach ich Assassinate. Galoppiere davon! Galoppiere davon! Wir haben jetzt ein Problem, Jungs! Jeder für sich! Sterblich, Leute! Ihr wart mich nicht, ihr Schweine! Juli, da ist was hinter dir! Jungs, ihr müsst nicht hören, ich bin eingeschwäht! Jungs, bitte, ich bin eingeschwäht, komm nicht raus! Schere, Stein, Papier! Ich hab Schere! Ich hab Papier! Hat es geklappt? Sehr gut! Wir sind Family Friend! Ich hab einen großen, das stimmt! Jungs, eine riesen Zahnbürste, die als Dildo benutzt wird! Da ist so der Pimpel! Und da ist so eine Wand davor! Und wenn du kommst mit deinem Stecker, du schiebst mit deinem Stecker die Wand nach innen und dann gehen auch deutsche Stecker da rein! Oh Gott, versteht ihr, was ich sagen will? Warum tragen Hexen beim Besenreiten keine Unterwäsche? Damit sie besseren Grip haben! PENISES! 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 So Freunde, nächste Runde! Mit wem redest du? Mit euch? Also du redest von deinen Freunden? PENISES! Juli, guck mal, ob du hier was gebrauchen kannst! Hier, hinter dir, da, das Schwert! Das links, das Liederne! Hahahaha! Hahahaha! Hugh ist nicht richtig trainiert! Er machte mich nur seine Schwert all day! Nicht die Details, die ich wollte hören, Squire! Er lässt mich den ganzen Tag sein Schwert polieren! Ich mein, Hugh findet mich doch auch gut, sind wir mal ehrlich! Und wenn ich dann das Volume anpassen muss, weil es zu laut oder zu leise ist im Spiel, dann mache ich das Volume Adjustment! Ich bin es! Ich bin es! Achso, du bist... Was, du bist shit?! Ich bin es! Cheese! 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 Oh, Cheese! Schöne blauen Augen! Are you okay, Bill? Was, du bist ... Hahahaha! Neues Essen mit noch nie dagewesenen Zutaten. So etwas wird nirgendwo anders serviert. Ein wortkarger, aber männlicher Koch. Was ist das für eine Aussage? Ein wortkarger, aber männlicher Koch. Ist es Ash Ketchum in Alt? Chat, wir haben ihn gefunden. So sieht Ash Ketchum heute aus. Ich habe mich immer gefragt, wie sieht er denn aus im Alter? So schrecklich? Dann wäre nicht mein Crush gewesen. Nein, danke. Mal ruhig ducken und raus. Ich hänge, ich bin stuck, ihr müsst mir helfen. Warte mal, ich mache dir schon den Kuchen. Ich habe dir geholfen. Jungs, 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 ich habe drei Sterne. Nein, wirklich? Ja. Juhu, wir haben Julie gecarried. Easy. So ekelhaft wie immer. Schon der Anblick verdirbt mir den Appetit. Aber versprochen ist versprochen. Oh, die Karen. Oh Gott. Nein, nein, wir sterben jetzt. Knapp, knapper Julie. Du bist nicht in der Palette. Julie denkt, du musst dich selber aufheben, erst wenn es drauf ankommt. Ja. Du sagst doch so. Nein, das ist jetzt nicht nach. Lauf, los, lauf, los, lauf, lauf, lauf. Du hast noch Abbring, gib mir los. Ich dachte, du machst einen Joke. Aber du f***st Bock. Nein, natürlich bin ich doch nicht voll. Ich lieg nur erst nach fünf Sekunden. Aber was mit den scharfen Rahmen. Die haben doch so scharfe Soße. Das geht auch, oder? Guck, sie sagt auch Soße. Soße. Na ja, Soße. Wer hat gerade Soße gesagt? Jeder sagt Soße. Ah, Moment, Sekunde. So feiern wir nicht. Jetzt haben wir mal einen Unterschied raus, oder was? Vorher nicht? Okay. Saße. Julie, sag mal Soße. Soße. Sag mal Soße. Soße. Siehst du, sie sagt es wie ich. Soße. Ich sag halt, ich sag halt, ich sag halt, ich sag halt, Soße. Nein, Julie sagt das wie ich. Genau, Julie sagt Soße. Soße, nein, ihr sagt Soße. Soße, nein, ihr sagt Soße. Soße, nein, Arsig sagt Soße. Hä, wer sagt denn Soße? Arsig vielleicht. Oh, hier gibt's Beef mit dem Anführer, mit dem Ältesten. Oh, Entschuldigung. Stepsister, damit wir beide zusammen ins Bett. Wir sind family friendly. Ich streichle ihn während der Fahrt. Oh Gott, ich fliege raus. Oh Gott, ich fliege rausgeflogen. Oh Gott, wo bin ich? Oh nein. Ich hab doch nur den Dock und gestreicht. Rettest du deinen Sohn? Oder deine Enkeltochter? Dann lieber Sohn retten. Was wieso? Ja, Enkeltochter, die ist weiter entfernt, oder? Na gut, dann Enkeltochter. Na, einen Sohn können wir einen neuen machen, eine Enkeltochter nicht. Du hast recht, wir können dann nachproduzieren. Der Maestro, er spricht in solchen Rätseln. Ein Ohr für dich und eins für die Ife, das Lied, so sagte er jedenfalls. Was? 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 Die muttrigen Schaden? Haben die nicht schon einen? Doch, hol mich zurück! Wer hat mich denn beschossen von da oben? Also, ich war schon mal drin, aber ich war nicht dieb drin. Wisst ihr, was ich meine? Ich, wenn ich über die Witze meiner Wurz lachen muss. Einmal einen Spieler mit bloßen Händen besiegen. Mekro, komm her! Nein, das ist zu groß! Ich muss hier nachher auf jeden Fall mal auf Klo. Friends, ich popel bei dir. Nein, bei Alkohol schlaf ich ein. Äh, hallo? Äh, was ist passiert? Ich werde weggezogen. Der Zug ist weg, Freunde. Was? Ich bin wieder da. Jungs, ich bin... Was habt ihr gerade gesehen? Oh! Ah! Hey, Leute! Ihr kommt doch noch hoch, oder? Nein! Die, du, die... Ah! Da fliegt er. Er fliegt immer noch! So, Gipi darfst jetzt 20 mal mauzen. 20 mal! Cringe! Ich laufe jetzt die oben holen. Ich bin oben draußen. Ich hab' ich gekillt! Was sagt ihr jetzt? Oh! Ich weiß, ich hab' ja keinen Lagen. Oh mein Gott, das sind komische Kurze zu haben, Chad. Die Babys! Du kannst die killen! Die Babys! Wer würde sowas brutales tun, Chad? Oh nein, guck in die Augen! Grants! Du hast reingeguckt! Oh, das sieht aus wie der Wendler! Warum haben die den so gemacht? Und warum sieht man zum ersten Mal so viel Haut von ihr? Oh Gott! Wenn du stirbst, landest du wieder auf dem Ding, aber du verlierst den Sack. Das hab' ich jeemal getestet. Du hast nur zwei Leben, oder was? Glaub mal, das ist das einzige Horn, was die da zeigen darf, on-stream. Bei den Eiern des Antriebers! Duel is a fire guy! Ah, ich hab' ich gekillt! Da, Luke, guck! Wie du das sinnst! Leute, hier kommt noch ein Magier aus der Kiste! Ja, aber der Bär ist gar ein bisschen witzig, ja. Achso. Watch out, watch out, watch out, watch out! Okay! Okay! Ich bin dead! Juli, achtest du auf irgendwas? Ich komm mir nicht mehr zurück. Bist du über die Traps rübergesprungen, Dalo? In einem Sprung? Äh, ja. Hä? Hä? Bist du nicht in einem? Mein Licht geht aus, Juli geht nach Haus und kommt nicht zum Wald-Event-Event! Oh! Hast du sie grad weggeschubst? Ja, Hette! Wie ist der erste Eindruck der Sturm? Besser Kontroll, lieber Maus und Tour. Also ich spiel Tastatur. Are you sure about that? Leute, ich hab alles im Griff, keine Sorge! Radosch, kannst du mich retten? Äh, ja, warte kurz, hier. Nein! Doch! Juli ist hier in den Tappen gesprungen. Guck mal, Juli, zu, sie hat eine Katze, sie fällt mir gerade runter. Ich such mal. Warte, er greift nicht an, warte. Zwölf Sekunden später. Warte! Der war ein dreckiger Baby! So sind sie halt, die Stalker, ne? Man sieht sie nie kommen. Quatsch mit Käse. Soße! Ach so. Den Zielausgang geöffnet. Er zeigt ihm auch ein neues Ding, den neuen Stiel. Hä? Oh mein Gott, holle Frucht. Nein, das tut mir leid. Wie ist denn das passiert beim Rausklicken? Hm, ich auch. Ich nicht, aber danach. Aua! Aua, 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 aua. Aua, 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 aua! Oh, du siehst, wie kann man das stoppen? Ich hab da noch was drauf gedrückt. Oh, Entschuldige, Anna. Dann gehen wir zum Ausgang, Nase. Oh, ich kann eine Lunte manchmal nicht kontrollieren. Entschuldigung. Das sind lauter Schlons, die gepixelt wurden. Aber es dürft ihr nicht sehen. Deswegen einfach nur ein weißer Balken. Oh mein Gott! Let's go! Jetzt mal an Bewertung. Was sagt der Chat? Bewertung von 1 bis 10? War schon eine 1 von 10, oder, Chat? Alter, Emil, was soll das denn jetzt bedeuten? Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox. Sie ist für neue Rekruten zuständig. Okay, nachdem jetzt keine Läden mehr auf dem Spiel stehen, gehen wir wieder zu Galbang und holen uns die Augen. Baby. Ah! Ah! Ha! Don't beginnt wieder zu Nein, CAN Sie nicht mehr? Ah, schön. Boah, Insel-Vibe. Das erinnert mich an Rast. Oh! Habt ihr mich komplett verarscht? Hier drüben. Wird bei dir hier ein Smiley angezeigt? Nee. Hier? Wenn du hier drauf gehst? Hallo, weh du. Wo ist der Chat? Wo ist der Chat? Wo ist der Chat? Der High Train startet jetzt.